Hallo liebe Freunde, heute lernen wir die Wochentage. Liebe Freunde, in einer Woche gibt es sieben Tage und diese Tage haben einen gleichen Artikel. Hier sind die Tage der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag und der Sonntag. Jetzt lauten die Fragen, welcher Tag ist heute? Heute ist Montag, welcher Tag ist heute? Heute ist Dienstag. Liebe Freunde, jetzt lernen wir die Tagezeiten. Der Morgen ist etwa von 6 bis 9 Uhr, der Vormittag ist von 9 bis 12 Uhr, der Mittag ist von 12 bis 14 Uhr, der Nachmittag ist von 14 bis 18 Uhr, der Abend ist von 18 bis 21 Uhr, die Nacht ist von 21 bis 6 Uhr, die Mitternacht ist von 0 bzw. 12 Uhr. Wie grüßen wir uns? Am Morgen grüßen wir uns mit Guten Morgen, am Vormittag sagen wir auch Guten Morgen oder Guten Tag, ebenso am Mittag oder Nachmittag Guten Tag, am Abend grüßen wir uns mit Guten Abend und für die Nacht wünschen wir uns eine gute Nacht. Vielen Dank, auf Wiedersehen!